Hey Freunde, was geht euch? Wieselt am Start. Heute reden wir über meine Schizophrenie, ein kleines Update zu meiner Schizophrenie. Ich bin fast so ziemlich geheilt, habe keine psychotischen Gedanken mehr, keine psychotischen Stimmen mehr, ich sehe nichts mehr. Therapie hat voll gewirkt, danke an Frau Dr. Auer, die hat mich sehr unterstützt, aber meine Familie auch. Und ja, ich wollte einfach nur kurz einen Update geben, wie es mir geht mit den Medikamenten. Ich habe gestern eineinhalb genommen. Setralin ist ausgeschlichen, weil ich nur zu viel Antrieb gehabt habe. Und ja, also alles gut, ich habe Hoffnung, ihr hoffentlich auch, hoffentlich macht euch das wie die Hoffnung, dass ein weiterer Teil von Schizophrenie auf dem Weg der Heilung. Und mich ist gut, schreibt doch mal in den Kommentaren, wie es euch so geht mit euren Erkrankungen. Das kann man alles heilen, alles ist heilbar, glaube ich jetzt, weil meine Schizophrenie ist fast ganz geheilt, würde ich fast behaupten. Aber ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Was sich noch entwickelt. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich bin gerade beim Ausschleichen auch. Ich nehme jetzt eineinhalb Leppernix, wie schon gesagt. Und ja, aber sonst geht es mir super, alles gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut, genießt euren Urlaub, eure Sommerferien. Und hoffentlich wird alles wieder gut. So liebe Leute, das war es eigentlich nur ein kurzes Update. Und ja, peace out. Ciao. 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 Vielen Dank.